Willkommen zurück zu Dungeon Seat, für kleine Fräule Nacht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das in diesem Leben noch einmal sagen kann. Nachdem, wie lange es mit diesem verdammten Training gedauert hat, damit wir hier mal in dieser Stadt anfangen dürfen, legal. Die Levelkurve ist auch so dumm gesetzt, weil das sind neun Levelups von zwischen Lang und Quillrabe. Auf den normalen Schwierigkeitsgrad ist es vielleicht möglich, auf dem Weg hierhin einen neuen Level zu bekommen, aber nicht auf Veteranen. Nee. Oh ja. Nee, nee. Ich kann nicht wissen, wie das auf Elite ist. Noch lustiger vermutlich. Egal. Aber amorten sei Dank. Ja. Wir sind ein bisschen spät auf die Idee gekommen. Bis Level 74 habe ich alles legal gemacht, aber weil das Leveln immer so lange gedauert hat. Da muss man bestimmt fünf oder sechs Mal von hier bis zur nächsten Schäden laufen, um bestimmt mein halbes Level zu erreichen. Ich war sogar schon im Extra-Dungeon. Und selbst da war das Level spärlich von der Erfahrungsgewinn her. Grässlich. Weil es ja mir sehr schnell erreicht. Oh, ich hab'n neues Baby. Yay. Komm, wir. Komm, wir, Drecko. Drachenpower. Äh, ich denke, die Küchern brauchen ein bisschen Hilfe. Quatsch. Die Schickern hat gewonnen. Killsteel. Ja. Also, was war unsere Aufgabe? Äh, nächstes Stein erreichen, nicht da. Nächsten Stellen erreichen und... Irgendwann hat der Angriffssound. Das ist seltsam. Was ist denn Sound? Wieso ist das wieder runtergegangen? Ich hab's doch wieder hochgedreht. Keine Ahnung. So, jetzt höre ich's, Hau und Sven, meine Leute angreifen. Hm. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben damals hier die Drachen die Stadt angegriffen und als Tribut, um mich vernichtet zu werden, haben die Drogs hier der Drachenkönigin ihren Stein gegeben. Hm. Den müssen wir jetzt zurückholen. Aber jetzt werden wir die Königin für sie loswerden. Loswerden. Hm. Haben wir zuletzt mit der Klieren geredet, als ich da vorne am... ...getäffen war. Bin ganz schön sicher. Oh nein. Was ist nicht. Ich war jetzt gerade so abgelenkt... ... von der Farbe, dass... Oh, ich bin sogar tot. Verdammt. Ich hab gerade den Löffel abgegeben. Stürmt gar nicht, der ist hier neben mir. Hier. Immerhin ist er da, aber nur hier. Oh. Das ist ja nicht Titan Quest, wo man stürmt, all seine Beschwürungen sterben. Äh, ja. Also, entschürt werden. Tschüss, ne. Ich hab geschürt. Nächst mal ein bisschen besser aufpassen schicken, okay? Ich weiß, die Anzeige da unten von deinem Leben ist sehr klein, aber trotzdem. Hast du ein Wiederbelebungszauber, oder muss ich mich als Spuk regenerieren? Äh, ich hab ein Wiederbelebungszauber. Vorher von extra Männer. Ich kann auch gerne hier für den Rest des Spiels liegen bleiben. So ist das nicht. Der muss Rapi halt allein sein Abenteuer bestreiten, und ich bin nur als, äh, geistige Unterstützung anwesend. Äh. Ich hab nicht genug Mana für meinen Drachen. Oh, we. Schau auf. Aber ins Rand, dass mein Feuerring geblieben ist nach dem Tod. Ja, das ist gut. Soll ich vielleicht meinen neuen Zauber mal nutzen? Der wäre hier ziemlich hilfreich. Na u dir. Was ist das? Spektralbild. Das, äh, lenkt Gegner ab. Also quasi, statt mich anzugreifen, greifen die den Spektralbild an. Ich würde gerne mal nutzen. Ich bin ja nicht wegspürbt, heißt das. Ja. Sore Drachen sind zu mächtig. Äh, so checken, auf deine Gesundheit achten, bitte. Ich bin da, chillt. Ja. Wir sind jetzt schon wieder fast tot. Oh Gott. Sarte mal. Pass auf. Pass auf. Das hat gerade keinen guten Start. Weil diese Drucks sind ja auch ziemlich overpowered. Wo ist meine Eis dahein? Guten Damen und Herren, ja. Ich wünschte, ich könnte noch einen zweiten beschwören. Ich habe damals mal einen Mord gesehen, wo man alle möglichen Kreaturen auf einmal beschwören kann. Beziehungsweise auf einmal beschwört haben kann. Wir gehen automatisch auf den Spektralbild los. Weil er so wunderschön aussieht. Er hat dann dann mir, einfach an mir vorbeigeflogen und dann den Drachen nur ein Spektralbild anzugreifen. Das ist das Bild. Leider war auch nicht lange vorhanden. Ja, für 20 Sekunden. Warte, ich habe gerade schworen. Ich habe zwei Sekunden aktiv, aber zwei Sekunden und ich rette mein Mäscher's Leben. Jede Sekunde entscheide zu schläben und tobt. So stehe ich ja. Greif mir den Spektralbild an. Sehr tolle Zauber. Ich wollte damals den Niesenstadt benutzen, um vorher zu leveln. Du weißt ja, was die Niesenstadt ist. Weißt du, eigentlich was? Das war sehr gut gegen große Gruppen von Gegnern. Einige Sachen möchte ich sogar nicht nutzen. Oh nein, ich bin für... Na gut. Ich bin ja auch ein bisschen tot. Ich muss euch auch mal einen Drachen beschüren. Ich kann zur Hallzeit Drachen zu haben. Also, ich kann mich nicht an, weil ich habe keine Mana mehr. Du musst Mana trinken. Ich kann mal sagen, eine ganze Zeit Felsen, die auf der Rübe... Aber die sind nicht so stark, die Felsenangriffe, wie die Drogs. Die sind echt übertrieben stark. Ja, die Erde hat mir noch spitzer als Steine. Ach. Negationsschreien. Wir leben, yay. Ich weiß gar nicht, ich habe mich hier einfach zusammenschlagen lassen. Aber nicht für ewig. Bald gehen die leer. Okay, das finde ich gut. Ja, die Steine von denen sind echt schwach. Musste ich auch feststellen im Training. Als ich noch legitim war. Das ist Level 74. Ah. Ey, Geld. Oh nein. Kein Geld mehr im Grunde. Lass sie erstmal die größte Gefahr priorisieren. Ja, das kann man mich gut darstellen. Der ist ja ein Nusschingsschlaggegner. Ach, Snape, was soll das? Echt maa. Mein Draco hat in ein paar Sekunden, wie die Gegner nicht angegriffen. Das war komisch. Ich habe mich ein bisschen verheizt. Ich hoffe, es geht in die richtige Richtung. Ich habe total vergessen, wo es lang geht. Keine Sorgen, ich kann nicht reden. Ich bin hier tausendmal lang gegangen. Darauf haben wir gerne gegangen, aber jetzt lange hier. Äh, kannst du mal die Diener an? Äh, brauche ich mir mal einen Hals zauber. Genau. Bei der. Äh, was ist das abgestechen? Sandschläger. Ja, der haut schon rein. Hauptgeschläger. Guck, dass mein Feuerring auch noch Damage outputt. Ja. Äh, Draco ist abgehauen. Boah. Das ist jetzt bei den Todessern. Ich weiß nicht, wie er angreifen soll. Äh. Manchmal zaubert er nicht mit der soll. Komisch. Ah, das war's. Ah. Genau deswegen. Moment. Totalbild. Mit irgendein bisschen Pausat. Zur Ruhe von Gegnern. Äh, ja. Tschüss, Snape. Ja, bitte greif mal ein Zeigbild an. Der ist gefährlicher für euch. Weil die KI von denen auch kaputt ist. Wie die KI aber kaputt geht, du stehst du denn das für ein Spezialbild. Oh, ein Schlegel. Wenn der blanken Hässlichkeit, würde ich auch kaputt gehen. Oh, das ist genau laufig. Saubere Angriff. Oh nein. Lange am Brust. Ja, der ist mit dem Gegner. Anscheinend. Weiß ich auch, wie ihr hier mal gewiss sind, aber. Im LP nicht. Okay. Ich lasse euch ein oder zwei Wege. Privat war ich hier sehr off während dem Training. Oh, ich kriege mal Unterstützung. Äh, nicht mich eilen. Verdammt. Verdammt. Das Seep heilen. Okay, jetzt sind gerade nur auf Snape konzentriert. Kann ich mal angesauern müssen. Ciao, Snape. Schon wieder. Ah. Na ja, mit dem Motum und mehrere Keratoren beschwören kann, gab es auch Notion, dass sie unendlich bleiben. Ach, ein Krug. Oder war es denn, oder was auch immer. Unendlich für unsere Teil-Quest-Beschwörungen. Oh ja. Handschuhe. Oder ein Grimdor, und da sind die auch nicht eigentlich geblieben, ne? Hm. Ich seh den Gegner nicht. Snape ist zu fett. Hm. Oh. Nein. Komm Gott, sag mal, er muss an mir vor. Der hat auch eine sehr starke Präsenz. Hat manchmal gerade ein paar. Okay. Ist er die Schrotzen oder? Ist das, ähm... Da war die schatistigen Busten von uns beiden. Oh, jetzt hat er die Gegner getriggert. Na das. Die Bogenschützen ist gleich das Erste weg. Die sind immer viel zu stark. Und natürlich gehen jetzt wieder alle auf mich. Warte mal, ich mach jetzt. Nadelkissen checken, hallo. Ah, okay. Das geht. Ich bin ein Hüchen und kein Igel. Super, ich fang. Ah, jetzt bin ich ihn. Ich bin ein bisschen hoch generiert. Ah, ich bin ein bisschen fressen, Traiko. Alles. Ja. Das war's ja auch hoher. Okay, ich hab jetzt ein bisschen mehr Lebenskrafttränke als ich meine Tränke. Naja, unterwegs ist ja noch eine Händlerin. Hm. Festfolge. Oh, nennst. Oh, Seko, Makine fertig. Ich würde dich für erscheinen. Kommst denn darauf, dass er Heilung braucht? Seine arme, kleine Seele. Der Blitz. Heilung in einem Videospiel, wo gibt's denn sowas? Weit auch nicht. Und sie kommen wieder alle zu mir, ja. Komisch, ich hab immer ein Spiegelbild gezauert. Soll ich da drauf losgehen? So viel Windausfall habe ich Platz. Zeigst du dafür da? Ich hab's nicht mal ausprobiert. Voll stumm aus dem Himmelbeschirm. Das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Schadenmäßig. Okay. Das ist doof. Ich kann mich an sowas erinnern, als wir in Christwind waren. Hm. Auf unserer Reise nach Chörabe. Das ist schon mal das erste Schild. 109 Meter nach Hyroth. Fuh, fuh. Oder Kilometer, oder was auch immer das für eine Einheit sein soll. Das ist der Ort, wo wir einen Kreis angefangen haben. Da oben ist die Stadt. Du sollst einen langen Umweg machen, um hier runterzukommen. Wenn wir sind zu inkompetent und einfach von der Klippe runterzuspringen. Hm. Wengen, Wiederspielen? Wann gibt's denn sowas? Seit Two-Gradar. Du, mal eins kann man auch nicht springen. Seit Mario. Okay, das ist eine ziemlich große Menge an Gegnern. Mehr ist genug für Tränke. Das Chicken-Arkana ist hier schibitzen. Oh. Hier im Schluckauf wieder. Ich auch schon lange nicht mehr. Drachenfeuer! Au. Au, ich habe vergessen, dass ich noch den Mord anhabe. Ich habe mal mit dem schweißen Mord rumzuladen, wo wir die ganzen Booster, also Tau, mit denen halt... Mist, ich habe vergessen, die Eisen. Also Statistiken boostet. Wie ist denn mal? Buffs, genau. Ich habe vergessen, dass ich schon mal den Mord aktiviert habe, damit man den Buffs eine Zeit von denen verlängern kann. Wow, Rappi! Weil ich hier beim Trainieren war so angeblich, dass ich ständig immer wieder einen Mord zabbern musste. Das heißt... Ja, weil du musst nur dann hauptweise Mana trinken, um einen Basten verlerblich zu halten beim Leveln. Das war echt nervig. So, ich werde jetzt mal dann halten von uns. Tschüss Draco, schon wieder. Und Snape geht auch. Drap ist jetzt super wieder bei uns und Draco auch. Ja, lala... Ach, ich bin nicht froh, wenn die Drucks endlich weg sind. Ja, hier unten ist glaube ich nur Canyons. Ah, nur so etwas so. Scheiße, weil ich die Kamera nicht zu weit... Oh mein Gott. Spiegelbild! Äh, Spiegelbild! Nein! Er hat meinen Truck nicht akzeptiert! Äh... Oh, Snape! Na gut, ich muss mal warten müssen, wenn dein Lebenscapital sich erhöht. Oh mein Gott. Na ja, wenn die Gegner bei mir sind, dann verniedrigt sich das wieder. Mein Bewusstloser. Bewusstloser. Da ist mal die... Oh, Jack ist überfordert. Ha! Das kann man auch nicht weiter rauszoomen kann. 98 Meter! Wisschen wie viel zu natten an uns dran. Kamera. Äh, Spiegelbild! Spiegelbild hat keine Lust. Äh, er macht halt zaubert aber nicht. Wenn du da mit dem Stab rum, das war schon... Input lag. Ja.